Mit der Wiege in Vorkuta wird das Pantheon diese Basis gut verteidigen. Wir nähern uns in niedriger Höhe, landen etwas außerhalb. Dann kommt deine Phase, Seth. Also Fußmarsch zur Basis für Infiltration, danach Pantheon-Uniform finden, um nicht aufzufallen. Kein Problem. Ist genau dein Ding. Wenn du drin bist, kundschaftest du die Basis aus. Wir müssen ihre Verteidigung kennen. Und du musst versuchen, sie zu schwächen. Ein Saboteur? Oh, das werde ich genießen. Mit ausgeschalteter Verteidigung kann der Rest von uns rein. Dann müssen wir die Wiege finden und sichern. Bist du bereit? Lass mich von der Leine. Starke Militärpräsenz. Sieht sehr nach Pantheon aus. Kommst du da rein? Ich bin schon im Perimeter. Muss mich nur passend leiden. Halt uns auf dem Laufenden. Das sollte funktionieren. Hey, er ist wieder da. Sie müssen schnell auftachten und neu beladen. Ich sag ihm Bescheid. Ende. Marshal, bin in Uniform. Bin dabei, etwas Aufklärung durchzuführen. Wir sind alle ganz ohr. Ein Kampfhubschrauber ist in einem abgesperrten Bereich gelandet. Vielleicht kann ich eine Sprengladung anbringen. Bei dem Nacken, du krank kommst. Und sie wollen ihn gerade auftanken. Ich könnte mich am Treibstoff zu schaffen machen. Du könntest etwas Wasser reinkippen. Da ist ein Wachposten. Vielleicht kann ich die Wache da drin bezirzen. Gibt es andere Optionen? Eventuell. Sieht aus, als wollten sie Fracht einladen. Das könnte ich ausnutzen. Unbedingt. Ich sehe ihr Luftabwehrsystem. Sieht geladen aus. Meinst du, du könntest Ladungen an dem dicken Ding anbringen? Vielleicht. Oder ich sabotiere ihre entnommenen Sprengköpfe und überzeuge sie, sie auszutauschen. Wenn du jemanden findest, der das macht, sicher. Ist eine Möglichkeit. Die haben eine beeindruckende Radaranlage. Ja. Dagegen müssen wir was unternehmen. Du könntest eine Ladung an der Schüssel anbringen. Oder die Stromversorgung kappeln. Die muss mit einem Generator verbunden sein. Gibt es andere Optionen? Hinter dem Sicherheitsfenster ist jemand stationiert. Ein bisschen plaudern wäre gut. Sobald du alle drei neutralisiert hast, sind sie startbereit. Und Chef, halt die Augen offen nach der Wiege. Sie ist irgendwo in dieser Bahn. Muss nur noch dieses Schloss aufkriegen. Morgen. Guten Morgen. Nicht für mich. Ganz kaum erwarten, ihr zu verschwinden. Das sollte drei Tage dauern, nicht eine Woche. Das ist doch scheißegal. Was dauert das mal? Was dauert dann? Was tut vor ihnen? Sobald. Was TWinty? Was ist dieses Schloss? Fr. R Mahle? Besiek. Frau? Sobald. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist gerade erst angekommen. Ich sehe keinen Grund zur Eile. Die Lieferung der Sprengköpfe scheint aus Belarus zu stammen. Eine Arbeitsanweisung, neue Lightchips in die Sprengköpfe zu setzen. Modell GCX-78. Diese neuen Sprengköpfe werden nicht vor morgen installiert. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Was weißt du überhaupt über diese Sprengköpfe? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Sicher, aber die Dinger sind noch nicht bereit. Wenn du so viel weißt, was ist das Upgrade? Okay, ich schätze, ich kann mir das am Nachmittag mal ansehen. In Ordnung. Dann tob dich mal aus. Bitte alle persönlichen Gegenstände sind heute Abend entfernt. Danke. Wollen könnte ich mehr gebrauchen? Nein. Danke. Nichts, ich habe schon Besuch. Danke. 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 Dann könnte ich mehr gebrauchen. In den anderen Containern. Ruhe doch sonst. Ja, ich muss noch mal ein paar Zeit. Dann können wir mir das. Dann können wir das. Ich bin der Sandler. 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 Sie suchen mich. Bleib ruhig, du packst es. Durchsucht den Bereich. Die haben mich enttankt. Knappes Ding. Scheint, als wäre die Luft reichen. Perfekt. Hey, was machst du denn hier? Die haben mich enttankt. Bleib ruhig, du packst es. Wir haben einen Verlust. Ich bin aufgeflogen. Ich brauche Verstärkung. Feind hier. In Deckung. Feuer bei Sichtkontakt. Du, was du tun musst. Schau nach ihm. Wenn du etwas findest, lass es mich wissen. Hey, was machst du denn hier? Was hast du gefunden? Ich bin aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Ja. Ich bin aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Du solltest das Zielsystem umprogrammieren können. Ich muss nur die Sicherheitssperre überwinden. 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 Wir sind mehr auf den Fersen. Ich muss nur die Sicherheitssperre überwinden. Ich muss nur die Sicherheitssperre überwinden. Scheint, als wäre die Luft rein. Perfekt. Ich bin aufgeflogen. Schalt sie aus oder hängst sie ab. Was hast du gefunden? Ich habe eine Sicherheitsstation entdeckt. Mit den Kameras kann ich vielleicht die Wiege füllen. Ich komme nur nicht rein. Ich würde mich erst auf die Primärziele konzentrieren. Für Verteidigung schwächen. Es geht weiter, jetzt kommt Geld. Sieh danach. Verstanden. Ich brauche Freigabe. Feuer bei Sicht, kurz hier. Jetzt gibt es kein Verlück. Zugang zu tun musst. Geht. Das war's für heute. 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 Ich bin bin... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin... das war's für heute. 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's für mich. Da kommen noch mehr Pantheon! 2, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 Felix, wir gehen unter die Erde und suchen Harrow. Felix! Felix, der Kontakt bricht ab. Hörst du mich? Ich hör dich wunderbar. Jay, was zum Teufel? Was machst du? Leg deine Waffen nieder. Ich kann dich und die anderen hier rausbringen, Troy. Das glaube ich nicht. Nach dir, Kegs! Pantheon voraus! Kegs! Kost! Gesichert! Weiter geht's. Wir können Chains noch mehr Zeit lassen. Hartnäck ist wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Geh! Wir schaffen das! Los! Das war's. Wir sind nicht mehr in den Lüben! Wartel! Rad am Boden! Wir sind nicht mehr in den Lüben! Einmal in den Kurs! Ja, ja, ja. Letzte Chance, Troy. Ich kann dich hier lebend rausbringen. Ich biete dir dieselbe Wahl, Jane. Ich habe deinen Mut immer bewundert. Das macht es so schwer. Vorsicht, Lilligan! An alle Stationen, Massensfreigabe. Zuversicht, Lilligan! An alle Stationen, Massensfreigabe. Das war der letzte. Noch lange nicht, glaubt mir. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Okay, die WD in Tempera. Case, links. Seth, mit mir. Case, ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht deine sein. Du hast eine Gabe. Lass ihn nicht hier im Dreck verrotten. Wir können nicht ändern, wie es endet. Hör nicht auf, Sie kängt! Hör nicht auf, Sie sind hier im Dreck. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja! Ich bin nicht mehr aufeinander, oder, Case? Ich nehme an, Gusev hat euch hergeführt. Ich wusste, er würde uns enttäuschen. Aber ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Partner. Ich wette, du weißt das selbst ganz genau. Ich respektiere dich, Case. Das tue ich wirklich. Du gibst dich voll und ganz deiner Arbeit hin, hast Prinzipien. Auch wenn du es nicht glaubst, die hab ich auch. Nur eine Frage der Perspektive. Oh, das ist also deine rote Linie, Case? Die Art der Waffe? Welche Rolle spielt die Form, wenn sie deine Werte beschützt? Was, wenn du eine Person mit der Waffe tötest, aber du rettest zwei... Ruhig, ruhig! Du kannst mich töten, Troy, aber du kannst das hier nicht aufhalten. Ich lasse mir nicht gerne sagen, was ich nicht kann. Felix, bereit machen. Wir kehren zurück zum Turm. Mit einem Gast. Wer hat ein Glück da unten? In Deutschland haben wir ein Sprichwort. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das schließt auch Arrow mit ein. Wir wissen nicht, wo diese Waffe jetzt ist. Wir können von Glück reden, wenn Jane anfängt zu reden. Falls, dann wird sie auf die ein oder andere Art. Verzau mir. Wir sind auf dem Heimweg und ich spüre eine riesige Guillotine über uns im Köpfen hängen, die jeden Moment fallen kann. Wen bringen wir hier zurück? Sag kein Wort. Sie hat dieses, ich weiß etwas, das ihr nicht wisst, grinsendem Gesicht. Ich fand das frühe niedlich, amüsant. Vielleicht hätte ich es kaum sehen sollen. Sie hat sich verändert, aber ich nicht mit ihr, doch ich konnte den Unterschied nicht erkennen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Die Motivation. Sie war Patriotin. Traten die Fußstapfen ihrer Eltern. Beide CIA. Sie waren ihre Inspiration. Glaubten immer an die Mission. Sie hätte sie nie enttäuscht. Was übersehe ich hier? Das ist Zeitverschwendung. Denke nicht, dass sie was preisgibt. Hab etwas Geduld. Hey, wir haben ein Problem. Harro ziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie hatte etwas in ihrem Mundhammer eingepflanzt. Ein Objekt. Felix denkt, es ist eine Art Peilsender. Die wissen, wo wir sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts wie raus hier. Bringen wir sie woanders hin? Nein. Wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir halten hier die Stellung. Wenn das Pantheon sie unbedingt will, ist das ihr Schlachtfeld. Wir müssen sie vorher zum Reden bringen. Unser Terminplan ist ihr egal. Überlass das mir. Ich hab was, was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Das geht klar für dich, Marsha. Richtig. Wenn du noch was erledigen musst, wäre jetzt die Zeit dafür. So. Dann. Dann.